Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Montag, den 3.5.2021 und wir hatten hier zuletzt die kleine Miezekatze, die sich an der Gardine festhalten wollte und die kleine Miezekatze hatte ein bisschen das Fliegen üben dürfen, zum Freitag, auch wenn man sagen muss, dass er schon oben recht aktiv gewesen ist. Wir haben jetzt den Mai, wir haben die erste Analyse für den Mai, Sell in my and go away, das kennt sich ja der ein oder andere. Erfahrungsgemäß ist es nicht immer ganz so einfach, wie es in dem Sprichwort klingt. Sehr häufig macht der Markt sogar noch mal im Juni ein neues hoch, drüber über den Mai und fällt dann erst richtig, aber man merkt langsam, dass sich so das Bewegungsverhalten, was der Markt von November bis April meist recht konstant durchzieht, dass das dann doch sich ändert. Das heißt gerade insbesondere diejenigen, die noch nicht so lange traden, diejenigen, die vielleicht sogar erst seit November traden, seit Dezember, vielleicht seit Januar, Februar, März, dass diejenigen ein bisschen aufpassen müssen. Es ist einfach so, dass kein Trading-System, keine Strategie komplett mit allen Marktphasen gut klarkommt und konstant. Und bei vielen ist es so, die testen Ewigkeiten, irgendwas hinten so im Kämmerlein oder auf Papier auf dem Demokonto, haben damit super Ergebnisse und fangen dann irgendwann an, auf live zu gehen, wundern sich dann, dass das nicht klappt. Das ist nicht immer nur psychologisch bedingt. Das ist oft auch einfach, weil diejenigen gar nicht wissen, dass es entsprechende Phasenwechsel am Markt gibt, dass sich auch mal, ich sag mal, Bullenmärkte mit Seitwärtsmärkten, mit Abwärtsmärkten ablösen. Und in der Regel ist es halt einfach so, dass jetzt so saisonal betrachtet in den nächsten Wochen, Monaten eher seitwärts dann das Grundrauschen geben wird. Höher volatileres seitwärts. Also wir sehen sehr, sehr häufig über die Sommermonate eher einen ruhigen Markt, der trotzdem eine schöne Schwankung drin hat, aber der eigentlich unterm Strich nicht viel oben und unten raus schafft, der immer wieder irgendwo zu zentralen Ankerpunkten zurückkommt und dann hinten raus. So im Juli, August, September wird es dann rutschig und dann kommt meist sogar noch mal ein kleiner Bärenmarkt halt. Das ist saisonal sehr oft zu beobachten, da wir einen sehr starken, ausgeprägten November bis April Strang haben und abkennbar, das hat jeder gesehen, sollte man sich da eben jetzt langsam darauf einlassen, dass hier ein bisschen was sich verändern kann. Diese erste Änderung, die hat unser DAX schon hier mit einem kleinen Trend oder, ich sag mal, mit einem vorsichtigen Umkehrsignal gesetzt und da ging es jetzt am Freitag schon drum, ob er das antriggert oder nicht. Also ob er sich jetzt tatsächlich drunter legt oder noch nicht, er hat es jetzt erst mal noch nicht getan, hat aber trotzdem relativ tief geschlossen, sogar ein Stückchen tiefer noch als am Donnerstag und hinten raus halt auch Trashy gezeigt. Für mich ist das wichtig zum Wochenende. Ich rede jetzt nicht von den letzten 15 Minuten, die da noch mal was nach oben gepeitscht haben. Sowas ist eigentlich eher indikativ für einen Abwärtsgap im DAX, sowas macht er ganz gerne, wenn er sich unten rausstrecken will am nächsten Tag, dann zieht er einfach die letzte Viertelstunde am Vortag nochmal nach oben, verunsichert die Leute, treibt die einen raus, die anderen rein und dann kann er die schön im Gap nackig machen. Wenn wir zurückblicken, ein bisschen gucken, was haben wir denn erzählt? Wir haben zu dem Zeitpunkt erzählt, dass mir langsam gefällt, wie die Leute drauf sind. Ich habe gesagt, dass ich mir vorstellen kann, dass er oben raus langsam ein bisschen ins Stottert kommt, dass er vielleicht umdreht, weil wir haben hier tagelang immer darüber gesprochen. Alle sind Short drin, alle sind Short drin, der wird bestimmt steigen, der wird bestimmt steigen, der wird bestimmt steigen. Das machen wir immer, das betone ich auch immer wieder einfach, weil ich es sehe, höre und mitgeteilt kriege halt. Also die Leute zeigen mir sowas, auch ganz offensiv halten sie mir das unter die Lase, wenn sie Short sind und ich sage aber zum Beispiel, dass es steigen kann und so weiter. Und deswegen, weil ihr das eben nicht sehen könnt, transportiert das immer mal ein bisschen nach außen, weil ich finde, dass es zehnmal mehr wird, wie wenn man da aufs Allback Sentiment guckt oder sowas. Ja, und da haben wir gesagt, hier so in dem Bereich, da hat es so ein leichtes Umdenken angesetzt. Deswegen hat man gesagt, könnten wir uns vorstellen, dass er vielleicht da oben noch mal so Stops abholt, einfach so im Bereich um 15.500, weil da noch viel liegt. Da lag auch von uns einer der empfohlenen K.O.-Scheine. Ihr wisst, das wird immer wieder betont oder ich betone es auch immer wieder, die sind nicht dafür da, dass die die K.O.s reinrennen lassen sollten, sondern die sind da, um die Abwärtsstrecken zu handeln. Damit man, wenn man sieht, okay, der ditscht jetzt hier was nur unten an, dann kann ich mit meinem K.O.-Schein Stop-Loss über das letzte hochlegen und die Abwärtsbewegung holen. Aber einen Stop-Loss nutzen, damit man eben nicht hinten in der letzten Bewegung am K.O. dann rausgeschlagen wird, zusammen mit allen anderen wild winken, auf einem Tanker vor der afrikanischen Küste, so Hallo Piraten, Hallo, hier sind wir hier, das Geld zu holen. So soll das halt nicht machen halt. Aber das haben wir oft genug erzählt. Wer sich dann da trotzdem rausnehmen lässt, ich will nicht sagen, ist da ein bisschen eigenes verschulden, aber dafür sind die Dinger auch nicht da halt. Also das predigen wir hier immer wieder, dass man mit Stop-Loss handeln sollte und das betrifft natürlich auch K.O.-Produkte, Option, es ist völlig egal, was ihr handelt, Futures oder wie auch immer, ETS oder was auch immer. Wer keine Stop-Loss nimmt, der wird immer wieder bestraft. Klar gibt es genug Momente, wo man sich sagt, ha 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 ha, ich bin der Tollste, ich habe keinen Stop-Loss drin gehabt, dadurch ist mir die Position da geblieben, aber irgendwann wird es euch mal passieren und das kann in 10 Jahren sein, das kann in 20 Jahren sein, dass eben dann sich das rächt und das ist das Problem am Stop-Loss. Es rächt sich irgendwann, weil ich dem Depot, wenn ich keinen nutze, kein Stop-Loss nutze, weil ich dem Depot irgendwann die Möglichkeit gebe, einmal auf 0 mein Konto zurückzusetzen. Es kann auf 0. Warum auch immer, wie auch immer, man hat es mit Corona gesehen, wie schnell der Markt von 13.800 auf 8.000 gefallen ist. Wäre der bei 5.000 stehen geblieben, hätten auch ziemlich viele von denen, die Buy-and-Hold predigen, richtig dumm aus der Wäsche geguckt und von denen hat man auch nicht mehr viel in diesem Zeitraum gehört. Und deswegen muss man sich das immer wieder ein bisschen vor Augen halten, wenn ich ohne Stop-Loss trade, dann habe ich natürlich viel, viel, viel mehr Renditechance, weil ich eben nicht immer ausgestoppt werde. Das ist so, das ist immer so. Und das ist auch auf den Markt gesetzt, das hat nichts mit persönlicher Fähigkeit oder oder weil man besonders toll ist und das besonders gut gemacht hat. Wer ohne Stop-Loss traded, wird immer eine gute Rendite haben. Das geht nicht anders. Aber es wird irgendwann dieser Moment kommen, wo dann die Aktien auf 0 fallen, wo bestimmte Aktien einfach 80, 90, 75 Prozent Kursverlust haben von da, wo man eingestiegen ist und dann für Ewigkeiten auf diesem Niveau einfach im Depot rumeiern werden. Das ist auch mit Optionsscheinen so und das ist auch mit CFDs, mit Futures, egal was man macht. Wenn man ohne Stop-Loss tradet, macht man sich da angreifbarer. Je höher natürlich hier, die, ich sag mal, der Einsatz, der Hebel, desto zeitiger merkt man diese Fehler halt nur. Und was will ich euch jetzt eigentlich sagen? Ich will euch jetzt sagen, dass hier ein Phasenwechsel kommen kann und das ist wichtig, darüber müssen wir sprechen, der dafür sorgen kann, dass der Markt sich anders verhält, wie er das die letzten sechs Monate vielleicht getan hat. Das heißt, da muss man auch aufpassen mit Trading-Setups, die man anwendet, dass bestimmte Sachen plötzlich vielleicht nicht mehr funktionieren und nicht mehr so gut. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, da jetzt die nächsten Wochen, vielleicht auch die nächsten zwei Monate sehr, sehr, sehr gut aufzupassen, vielleicht auch ein bisschen passiver zu agieren, bis man merkt, okay, das liegt mir trotzdem noch ganz gut, was er hier macht, weil das ist wichtig. Viele, viele verkennen das nicht. Die sind supergut, Januar, Februar, März, April und dann hauen sie die ganze Kohle, die sie da verdient haben, die hauen es im Mai, Juni, Juli, hauen es wieder über den Reibach und dann sagen sie sich wieder, ach, Trading ist doch nichts für mich, nur weil sie eben diesen Phasenwechsel nicht aktiv haben, kommen sind und sich da nicht drauf vorbereitet haben. Sollte der Markt jetzt hier uns bedienen wollen zum Montag, dann würde ich ihn erwarten unter 15.100. Macht er den 15.100 unten auf? Kriegt er den Platz? Erinnert euch dran. Wir haben hier gesagt, die Leute werden langsam soweit einmal nach oben vielleicht so Stops abholen im Bereich um hier, vielleicht 500, hat man im Tagesschart auch unsere Kai-Linie liegen gehabt und haben gesagt, von dort dann bestimmt einmal hier unter die Tiefs drunter stechen, alle ausreizen, die reinkötern, die dann hier oben rausgeflogen sind, die dann aber sich den Stopp hierher so legen müssen, weil sie eben nicht mehr so viel Kohle haben, die dann nochmal einmal abholen und dann kann er weiter. So haben wir es gesagt vor, ich glaube, keine Ahnung, 6., 8., 9., irgendwann in den Videos haben wir immer wieder drüber gesprochen. Also ich glaube sogar eher hier so, nachdem das Gap einfach zugemacht wurde. Ich glaube, am 7. haben wir auf jeden Fall bestimmt drüber gesprochen, am 8., ich habe mir die Videos nicht nochmal angeschaut, aber in dem Bereich haben wir uns das ausgemalt, dass er bestimmt vielleicht nochmal hier oben kann, dass er, wenn er dann hier ist, haben wir gesagt, wenn er jetzt hier einmal drunter zieht, das war, glaube ich, das Video vom 19., wenn ich mich nicht irre, oder für den 19., da haben wir gesagt, jetzt einmal hier runter, dann nochmal bis hierhin zurück und zurück und bis dahin ist er momentan ganz gut drin. Da haben wir jetzt drüber gesprochen, dass er die Bewegung nach unten drücken kann, davon haben wir gesehen, hat er schon 61% nach unten gemacht. Wir haben gesagt, da sind jetzt erstmal zwei Abwärtsbewegungen, häufiger kommen nochmal welche, dass es dann auch drei, vier oder fünf sogar sind, die läuft jetzt gerade und könnte hier eben jetzt auch noch durchstechen. Das heißt, wir haben jetzt hier die Ziele 1530, 15.000, 14.965, wir haben eine 14.900, da sollte man gut drauf achten, das wäre dann gleiche Bewegungswellenlänge hier, einmal von hier nach da, das hatte ich euch im gestrigen oder im letzten Video und im vorletzten Video, glaube ich, in beiden Videos gezeigt, 14.900 und ja, auch 14.830, 14.840, 14.750 ist aus Tagessicht einfach noch möglich, das ist unsere Linie, die dort noch drin ist und das ist drin. Deswegen würde ich schon sagen, unterhalb von 15.100 zum Montag kann man sich ruhig mal einen Zettel an den Bildschirm machen, ist denn der DAX noch unter 15.100, wenn er unter 15.100 ist, dann ist es short, dann ist es vor allen Dingen auch ein Trendwechsel und der hat schon Risiken einfach, das ist so halt. Der DAX kann bei 9.65 wieder komplett hochdrehen, kann bei 15.000 komplett hochdrehen, kann bei 14.900 komplett hochdrehen, kann bei 14.57 hochdrehen, das wissen wir nicht, wir haben keine Glaskugel, aber das Problem ist, wenn er dort nicht hochdreht, kann er auch bis 14.500 fallen, kann er auch bis 14.000 fallen. In dem Moment, wo der Trend wechselt, ist das Risiko wieder unten. Deswegen ist das einfach so ein Punkt, wo man dann schon sagen sollte, gut, vielleicht sichere ich mich auch gegebenenfalls einfach mal ab, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt eher mal auf die Short-Seite, sollte der DAX dann doch wieder stärker zeigen, kann ich das auch wieder rausnehmen, aber es ist mir einfach eine Absicherung, wie eine Art Versicherung, die mir jetzt eben das Wert ist, dass einfach, wenn der Markt halt jetzt wirklich deutlicher wegbricht, dass ich dann halt nicht zu viel Rendite verliere. Und das ist so ein Punkt, wo man über sowas nachdenken kann und ich glaube, das werden auch einige tun und deswegen ist das Risiko hier unten und da kann auch Druck entstehen halt. Und der Druck, der kann sich bis 15.30, 14.965, 14.900, die fände ich auch ganz attraktiv, die müssen aber gleich Montag eigentlich relativ zeitig schon kommen. Und sollte da noch drunter gehen, dann wird schon eher so 800 bis 57 interessant. Bleibt er über 15.100, dann ist das noch zurückgestellt, kann er sich nochmal versuchen, probieren zu erholen, 230 probieren. Und wenn er über 230 schafft, schafft er bestimmt auch nochmal hier oben, dann in den Bereich um 320, 350 rein halt. So, das wäre für mich so ein bisschen schon ein Ausschlusskriterium. Also bleibt er am Montag oberhalb von 1,50, kann ich schon sagen, naja, dann wird er wo unten raus nicht großartig randalieren können. Das müsst ihr schon mit einem Abwärtsgib oder mit einem deutlichen Stoß unten initiieren. Ansonsten bleibt er hier drüber, ist erstmal weiter seitwärts, gucken wir uns noch ein bisschen an, kann auch später dann unten noch raus. Das heißt nicht, dass er sich jetzt rettet. Vielleicht macht er erstmal im Monatsauftakt ein bisschen Geld nach oben einsammeln und dann die Luzi nach unten. Ich würde deswegen sagen, wir lassen den Trigger hier oben, den lassen wir weiter stehen, unten genauso. Und wenn der DAX oben drüber geht, dann geht er oben drüber. Wenn er unten drunter geht, geht er unten drunter. Ich glaube, das Risiko liegt klar unten. Es passt auch genau auf das, was wir die ganze Zeit erzählt haben. Deswegen würde ich da ein bisschen den Fokus setzen. Aber man muss halt auch drunter gehen. Nicht, dass er hier 15,1,50 eröffnet, der macht eine lange grüne Kerze nach oben und ihr sagt dann, naja, Martin, was hast du denn erzählt hier? Du hast was von Short gesagt und so weiter. Nein, 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 der muss hier drunter. Hat man auch zum Freitag gesehen, haben wir auch gesagt. Also so ein Gap unter 1,50 könnt ihr schön initialisieren, aber da waren direkt die ersten grünen Kerzen. Also wir haben, glaube ich, 8.15 habe ich das Update an meine Leute rausgeschickt, die, die bei uns da im Dienst mit drin sind. Und da habe ich schon gesagt, ja, Vorsicht, das sind erstmal alles grüne Kerzen hier. Da ist nichts mit Schwäche. Wenn er so weitermacht, dann macht ihr das Gap zu und vielleicht nochmal oben in die 230 rein. Und da hat er sich dann ewig lange gehangelt. Da hatten wir unseren Pfeil nach unten drinnen. Dann hat er sich dort abgedreht. Ja, und dann hat er sich von der 230 hier nochmal ein ganzes Stück nach unten rausgegönnt halt. Sogar die 1,10. Mir hätte ja einen Tagesschluss unter 15,1,50 hätte mir vollkommen gereicht. Gut, gut, hat er auch noch gemacht. Aber hat er trotzdem hier unten nochmal runtergerissen. Um 15,1,10. Das ist für mich schon trashig gewesen. Also wenn er kurz vor Wochenende hinweg verkauft wird, ja, es ist schon nicht mehr ganz so viel Stärke drin. Also mich würde es nicht wundern, wenn er jetzt hier unten weitermacht. Aber wie gesagt, kommt das nicht. Dann plant er noch ein bisschen seitwärts ein. Dann macht er hier noch 1, 2, 3 Tage zur Seite vielleicht sogar eine ganze Woche, die er sich hier noch in der Range gönnt. Und dann gibt er vielleicht hinten raus. Das wäre nicht verwunderlich. Deswegen, das ist für mich der Trigger. Deswegen ist die Linie hier. Deswegen sind die zwei Pfeile dort. Ich glaube, ist er auch so verständlich. Und von daher würde ich das Video jetzt hier zumachen. Ich wünsche euch viel Erfolg zum Montag. Holtet euch eure Punkte raus. Und wie gesagt, berücksichtige ich das mit dem Fastmax ruhig ein bisschen. Also wir sagen das eigentlich immer hier und habe damit eigentlich bisher auch immer einen ganz guten Riecher gehabt. Oder habe damit einfach immer einen guten Riecher. Weil ich die Leute beobachte halt. Die Leute sagen mir das schon, wenn der kommt. Und deswegen haben wir uns hier unten hingesetzt und haben gesagt, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Da findet gerade ein Umdenken statt. Ganz viele von denen, die hier die ganze Zeit Shortking gebaut haben, die kommen ins Wankeln. Und dann werden die ausgestoppt und dann tritt der Markt halt. Immer wieder das Gleiche halt. Die Leute sind ein viel besserer Indikator manchmal als die Charttechnik selbst. Und das miteinander zu kombinieren, funktioniert halt prima, finde ich. Und von daher, ja, also ich glaube, er hat eine gute Chance, sich unten rauszudrücken. Und er hat die Leute überrumpeln gekriegt, hat hier viele rausgestoppt, hat hier unten viele eingesammelt, die hier wieder rausgekotzt hat. Er hat auch viele von, ich glaube, die lange Short sind, die nicht rausgeflogen sind, hat da auf Long gedreht. Also, der hat schon viel gekonnt jetzt, dazu muss er nur unten sich langstrecken. Und dann wird ihm das Geld zugeworfen. Und ich als DAX, ich würde unten rausgehen. Ich glaube schon. Ich würde vielleicht, also das mit dem Montag nochmal oben ein bisschen Kohle einsammeln. Ja, gerne auch, aber eher unten raus. Also, das ist, auch wenn es offensichtlich kommt mit Selle im Mai, aber es würde gut passen halt. Also, und wie gesagt, dann kommen auch Absicherungsgeschäfte hinterher und dann kommt da schon ein bisschen Bewegung in die Bude. Also gut, ich mache hier zu, ich wünsche euch Spaß. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.